Als Spitzenkoch möchte ich meinen Gessen, besonders zum Valentinstag, was Spezielles, was Besonderes bieten. Dazu brauche ich frische Zutaten, aromatische Gewürze in bester Qualität. Mix & Joy Valentinstag von Fuchs enthält Gewürze, die miteinander harmonieren und deren Aromatik, Farbe und Wirkungen irgendwie mit Liebe und Zuneigung zu tun haben. Anissamen duften süsslich nach Lakritz, Nelke und Fenchel und sie sind verwandt mit Kümmel und Dill. Kerbel, sein Duft ist süsslich würzig, eigentlich verwendet man ihn frisch. Nur für Mix & Joy haben wir ihn schonend getrocknet. Kurkuma, sie kommt aus Indien und ist in jedem Gurry enthalten. Das in ihr enthaltene Kurkumin färbt Speisengelb und ist dazu auch noch gesund. Lavendelblüten verströmen einen intensiven Duft nach Rosmarin, Bergamotte und Maiglöcklein. Wegen ihres starken Aromas sollte man sie sparsam dosieren. Rosa Beeren, sie verbinden einen bittersüsslichen Geschmack mit Aromen von Wacholder und Baumharz. Ihre Heimat ist Brasilien. Kardamon wirkt aphrotisierend. Nadelholz, Zitrus, Minze sind bestimmende Aromen im Duft von Kardamon. Mit Mix & Joy, Valentinstag von Fuchs, kreierst du vielleicht das kulinarische Vorspiel zu einem romantischen Abenteuer. Alles Liebe.